Hi Ja Kache Ja, mach, mach Das war schön, jetzt geht's mir wieder gut Und ich, weißt was, ich mach gleich einen auf Likoka und fahr vor euch beiden ins Ziel Das ist nicht dein scheiß Ernst Likoka Alter, Alter, wow Das riecht sich so wieder Hallo und herzlich willkommen Ladies and Gentlemen zu einer weiteren gepflichteten Runde Let's play GTA 5 Online Heute eine, bei mir auf jeden Fall auf meinem Kanal, eine etwas andere Episode Denn diese Episode kommt auf Montag, normalerweise kommt da ein Letztest Aber der liebe Anime-Fan, der haut nämlich eine andere Folge raus, nämlich eine mit den Losers und der PMKF Könnt ihr euch auch freuen Werbung, sie glitzt Dankeschön Danke und schon werde ich getreut von ihm Er hatte GTA Modus angelassen, der klar ist Ich hab sie nur ein bisschen weggerannt, ich hab nur nicht geschossen Oh, nur ein bisschen, ne? Wow, ist das unser, wow Alter, ist das so smooth Wow, Jega Wow Böse Und hier gucken wir jetzt, first while Nee Ich hab genau an der gleichen Stelle verkackt Da hüpft man ja wie ein Känguru Oh Nein Ja Ich hab Aros angestoßen Nein, ist das asozial Muss man oben anhalten? Ja Er Arsch langsam musste werden Oh, ich gucke erst oben Ja, geil Oh nein Oh Aber das ist echt leider sehr unsauber gebaut, Freunde Aha Aber wenn man sich dann gewöhnt hat, geht das Hängen geblieben Ähm Warte mal, was will er jetzt? Ja, Hauptsache 1-2-2 hat einen Punkt Ja Ich hab auch schon den Punkt danach Ah, fick dich Ohoho Ey, Alter Ich weiß nur nicht, was er jetzt von mir will Holy Fuck Wiss ich, was ich hier mache? Wow, fast Uh, fast auf Aros gelandet Hm LOL Hau Besser als letztes Mal Da ist jetzt fette Engine immer auf mir gelandet Wow Habt ihr das gehört? Habt ihr's dann bald mal so? Schwer war das jetzt auch nicht Die Knauze Oh Ähm Mhm Mhm Animal Fan Yeah Hä, wie soll man denn da? Boah Ey Oh, die Gucker riecht schon wieder auf Das geht ja gut los How soll man hier drauf landen und weiterfahren? Wie? Aha, was zum Fick will er Weiß man nicht Wo willst du denn hin, Frau? Hier runter? Auf die Straße? Ja, ist aber falsch Siehst du selber, ne? Weil hier eine Auffahrt ist Guck mal oben rechts Trottel Und lol Und ich wundere mich schon, wie das gehen soll Also bei Klingko kommen wieder an, Freunde Was für ein Trottel, Alter Ja, lass mich Laufen doch Also Oh fuck Oh, jetzt Jetzt peile ich wieder nicht, dass ich andersrum lenken muss Was? Was? Freunde, das läuft nicht Wow Oh, Leute So Etz war, Alter Etz Das hat ja nicht geklappt, Freunde Ja, Kamera wird dich holen Ja, Kamera wird dich holen Alter ist die unsmove gebaut Eigentlich war es vorgesehen, dass die Map in einem Livestream gezockt wird Aber nur für acht Spieler Das ist immer so ein bisschen problematisch Weil wir irgendwie so, warum auch immer mehr Mitspieler haben Ja, echt mal, sehr seltsam Äh, lol Ist das unsauberes Fuck, Mann Puh Ich weiß noch eins nicht Äh, also oben durch'n Baum und unten durch'n Baum geht auch nicht Du willst mich hoch, ja? Ich hab deine Annäherungslinie mitbekommen, die da lag Hallo? Scheiße Ah, ja, bitte Oben durch'n Baum und unten durch'n Baum geht auch nicht Okay Also muss man durch einen von den zwei Containern, aber hau Mein Problem ist halt diese unsauber Stelle, hier komm ich noch nicht lang Durch den Container Oh, lol Nein Durch den oberen oder durch den unteren? Äh, ich glaube ich hab grad den unteren genommen Och, fick dich, weißt du, Alter Nee, nee, ohne Wow, Alter Ruhig bleiben, die Koka Ist dir heutezeitlich die Frau Eieieieiei Einzige Koka ist wie auf dem ersten Platz Etzwa Hey, das ist eigentlich so ne Stelle Zwar unabhängig, aber einfach Ich verkack hier die ganze Zeit Ich werd wahnsinnig Aber jetzt mal ohne Mist, ne? Eieieiei Okay Ja, fick dich Ja, ist ja in Ordnung Kommt nicht mehr vor Hast du einen Punkt, oder was? Easy Nein, ich komm jetzt noch nicht mal mehr auf den Scheiß worldwide drauf, Mann Ey, so ein Ohne Spaß, ne? Ähm Da fährt Le Koka, muss man Hä? Hä? Was will der von mir? Äh Ist das ein Arschloch? Muss ich jetzt sein? Ernsthaft Aaaaah Frau? Nee Arschloch? Ist da eine böse Falle drin? Ja Hat keiner gesehen Hat keiner gesehen, Freunde Da fährt Ares Ich bin mal gespannt, was da Wow Aber wenigstens mal was Neues, Freunde Wenigstens mal was Neues Was ist sein Begehr? Ja Bis wohin bist du gekommen? Hinter diesen Bussen In den Büschen bin ich abgefallen Okay Hast du eine Mauer also versteckt drin? So, pass mal auf, Aldi Koka Easy first try Ja Auf gar keinen Fall Danke für meine Laune, by the way Wow Hier schillen wir ein bisschen, ja So, okay, da ist Oben durch die Tube durch Ist doch einfach hier Du hättest es nicht anders gemacht in meiner Situation Also ich hab an diesem Mallride andere Sorgen Als eine scheiß Annäherungsminie noch aus dem Auto zu werfen Entschuldigung mal Ist da was? Wow Oh, Schappien, Alter Also, Leute Zuhören Am Ballride Da kommt dann noch dieses, ja, Ziel-Element Mit dem Pfeil nach oben Mhm Fahrt unter dem Pfeil lang Unter dem Pfeilhut? Gut Und Ja, sag mir lieber mal, wie du durch die Büsche durchgekommen bist Ich bin unten lang gefahren Da ist einmal dieser Querbusch Über die ganze Straße Die, ähm, warte mal Kann ich da hin zoomen zufällig? Ähm Nein, ich will euch nicht trollen Tatsache Genau Ja, da ist oben noch mal so ein Querding Du musst unten fahren Und dann kannst du mal an den Bäumen vorbei Das sind einfach so Bäume Was für fies Zwei Container und da ist einer von zu, meine Herren Echt? Okay Ich bin im O-Bau nicht durchgekommen gerade Dann hatte ich da Lucky Try vor dem Wallride Dann, äh Ja, geil Was? Kamera Was denn, Frau? Rede mal mit mir Ich bin am Baum verkackt Ach du Da kannst du nämlich nicht einfach so durchfahren Ich An den Bäumen vorbei Ich habe nichts davon gesagt, dass du die Bäume durchfahren sollst Alter Und unten bin ich trotzdem abgefallen am Busch Ich muss mich nämlich gerade so wieder retten und habe es dadurch nicht geschafft hochzuziehen Um an den Bäumen vorbeizufahren Hm Ich hatte da keine Probleme Ich würde gerne mal da hinkommen So gut eben drauf und jetzt die Map habe Weiß ich, die tut mir jetzt nicht gut das Aber das können wir alles hin, Freunde Ist alles kein Problem Da sind die Bäume Oh! Ist das also nicht Eieieiei Lol, was will der jetzt hier von mir? Oh nein Außortierer Wow Okay, ist also möglich, Freunde Das haben wir euch wieder gesehen Langsam werden Speed Alter Ich bin Lightning McQueen, jaja Ja Ähm, ja Ja Okay Und du bist Hook Ja, ich habe den Punkt Ja, siehste Ares Ich bin mit Sicherheit nicht Hook Okay, was war das denn jetzt? Kann ich das nicht aufnehmen? Das hätte ich mir gerne nochmal angeguckt, was da passiert ist Deswegen grundsätzlich immer aufnehmen, Nikoka Ja Das sind die Büsche Ares, hast du unten bei den Büschen Ja Von mir aus auch mittig Aber weiter nach oben darfst du auf gar keinen Fall Weil da kommt nämlich so ein asozialer Stamm dahinter Ach, fick dich doch, Alter Alter, ist die Map unsauber Ist das für eine Kacke, Alter Da sind wir anders geworden, von den Russen Äh Hä? Warte mal eben Uuuuuh Oh Leute Oh 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 Ey, ja, nur Nü Alter Ohohoho Okay Der Vorteil ist, dass ich heute so Probleme habe, Freunde Ja, und dann darf ich alles nochmal fahren Ares testet alles aus Dann darf man alles nochmal neu fahren Tschüssi Schön, dass ihr alle Schwierigkeiten rausfällt, damit ich schön durchfahren kann nachher Mh Hoffer auf den Rampen anhalten war richtig Mh, ja Ist richtig Kacktänen, kacktänen, kacktänen Unterm Fall durch, sagt der Ares Jo Und dann kurz vor Warlord aufspringen Bei diesem langen, langen gedönster Punkt des Oberhais Perfekt Okay Einfach nicht mal hochfahren, das ist doch einfach Jaja, aber du musst übertrieben viel am Stück schaffen und am Ende hast du so ein Container-Ding Wo du drüber cruisen musst Und dann kannst du dich vernünftig gucken, weil er die so gedreht hat, dass sie durchsichtig sind Oh, böse Oh, ich bin grad viel zu hoch gewesen Gut, man kann den Punkt cheaten, aber nichts ist so toll Das ist nicht unsere Intention Genau Hi Ja Kache Ja, mach, mach Das war schön, jetzt geht's mir wieder gut Und ich, weißt was, ich mach gleich einen auf Likoka und fahr vor euch beiden ins Ziel Das ist nicht dein scheiß Ernst, oh Likoka war... Alter, ist das... Wow Das kriegst du so wieder Du, ich Counter-Strike, gleich Das kann richtig gut gerade Ja, quatschlich Du frisst gleich einen Headshot Ich schwör' ich dir Oh Ich würd's ja gern sehen Hey Oh, Rampen Verkackfrau Junge, 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 Junge Junge, Junge, Junge Niko hat das Rennen beendet Ist ein... ein Ziel-Jump übrigens Okay, also ich muss gleich hier oben warten Beim Punkt gehe ich davon aus Hä? Die Rache war doch schön Also... Besseren Punkt als Rache hätt ich mir gar nicht einfallen lassen Du, Last Hä? Wie bist du da anhalten können? Da lag ne Annäherungsmine Was? Echt? Fick dich Verdammt Ah Wollte er mich also auch noch weggesprengen, ja? Mhm Okay Aber das brauchst du jetzt nicht, weil du hast mich schon weggesprengt Aber wieso ist die An... Weiß noch zu einer... Mal gehen die... Hm... Noch eine? Ja ne, ist klar. Ja, die jagt ich aber gleich selber gerade hoch. Okay, Deal, ich leg jetzt keine. Weil du keine mehr hast? Doch, ich hab noch zwei. Ne, eine nur noch, verdammt. Wow, Anime-Fan! Hat sie echt was getroffen? Nein, ich hab sie gesehen, ja. Die wird einfach kugeln und oben auf Mordak geschossen, die Rakete. Alter. Aber, hätt die getroffen, das wär der goldene Schuss gewesen. Ja. Das wär... LOL! Das ist mir auch passiert, das ist mir auch passiert! LOL! Das ist du wenigstens. Genau das ist mir auch passiert und ich so, hä? Wie passt das denn? Was habt ihr hier angestellt? Wie kann man denn hier verkacken? Weil er auf hat vielleicht, Fragezeichen? Also, ich verkacke nicht. Auch wenn es ein bisschen härter gebaut ist, aber... Härter gebaut? Das hast du sehr schabend ausgedrückt. Alright! Das ist mir mega. Oh! 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 So ein Anime-Fans, sowas von nicht. Mein Problem ist... Du bist so ein Trottel, warum bist du nicht über ihn drüber gefahren? Du bist so ein Trottel. Ich wär über ihn drüber gefahren. Wär vielleicht geiler gekommen. Hätte ich dir sagen können, dass du dich jetzt selber eliminierst. Beilung! Fast! Oh! Ich hoffe es bleibt jetzt da liegen, um dich zu ärgern. Problem ist nur, dann liegt es bei dir selber auch da. Aber dass man drunter hängen bleiben kann, ist ja auch schon richtig fies meiner Meinung nach. Du kleiner Drecksack! Alter! Schleller, schneller. Nein. Rache ist Blutwurst-Aras, oder wie war's? Wuhu! Mami! Wuhu! Ah, fuck! Huh, weggekommen! Ja, wow! Die... Schon klar, dass ich... Ja, alles klar, mein Freund. Alles klar, in dem Fall. Okay. Okay! Du hast angefangen mit der Anhänger geschrieben. Hab ich nicht. Welche aus deinem Maul reicht? Ich glaub deine, oder? Äh, nein. Nein. Niemals. Niemals. Sowas würd ich niemals tun. Was sagst du dazu, die Kugel macht ja eh immer, oder? Hm, ich hab ja die erste abbekommen. Endlich schon mal. So, jetzt machen wir mal Konstruktionen, die Folge haben wir dann gut gezogen. Jetzt können wir beliebig auf Werbung schalten, wunderbar. Können wir jetzt ja Feierabend machen, ne? Ja. Das Unsichtbare ist aber auch ganz schön fies. Und wirken! Und wirken! Und wirken! Lol. Jetzt hab ich den Ladekrieg... Balken der Todes! Ja, Moin! Ist aber sehr heftiges Karma, was du da gerade abbekommst. Warum?! Ich bin der anständigste hier von uns allen! Äh, niemals. Was? Ich habe eine Mine gelegt! Ey, wow! Ja, es kommt aber nicht auf die Anzahl der Minen an, sondern wie assi sie platziert sind. Ja. Ja. Ja, und deine war ja mal richtig assoziat platziert. Wo hat sie dir den gelegt? Vor dem Punkt? Ja. Ja, mehr oder weniger. Nee, auf der Rampe vor den Containern. Ist ja nicht so, dass man jetzt mal 10 Jahre dahin fahren muss. Ja, so lange ist das jetzt auch wieder nicht. Ja, doch. Weil man einmal weiß wie das funktioniert. Und da ich First Try den Wallride geschafft habe, habe ich gedacht, okay, schafft er auch. Also kann da jetzt mal easy going eine Annäherungsmine hin. Ist ja auch total fair. So was würde ich mit dir nie machen. Ja! Schade, man kann nicht zurückfahren. Oh. Ich wollte ihn noch ein bisschen trollen. Wow. Hallo Kamera! Das ist... Hör auf! Ich will dich nur richtig drehen mit der Aktion. Hör auf da, wenn du da... Alter, das fliegt nicht so weit das ehelige Ding. Schade. Hey. Nö. Mach, äh, die Likoka-Technik und dreh dich seitlich. Ich glaub nicht. Bin an der Wand verpackt. Hey. Ich komme aber leider nicht weiter hin. Okay, ist das jetzt die nicht fern, die reicht? Ne. Ich könnte nach da hinten hingehen und gucken, ob das reicht. Hallo, ich wollte nur helfen! Wow. Wow. So, dann wollen wir mal gucken. Annäherungsmine, check. Was ein Körper, Klaus! Ich glaube, den Sprung wirst du nicht schaffen. Hör auf! Ne, wie Fan! Du läufst doch hier nicht zu Fuß etwa lang! Niemals! Warum... Wow, 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 wow! Ah! Sah geil aus! Oh, Mann! Nochmal! Kann das dann bald mal! Ah ja, Freunde, immer muss man aufs Endchen warten. Pass auf! Jetzt sagt er, das ist meine Schuld! Aber selbst ohne meine Annäherungsmine hätte er da oben bei den Containern vertackt! Hey, Mann! Hey, Mann! Hey, Mann! No, das ist alles die Guckerschuld. Ohne Scheiß mal! Wer die nicht da anhält, das war der Magic 2! Der hätt gesessen! Ja, genau! Höger Mundschuld haben, weißt du doch! Was ist denn, Jani? Was ist denn, Jani? Ja! Haha, ne, wie Fan! Was? Huuu! Ey, ab Arsch! Das war zu schnell! Fuck! Ach, wo ist der Cheaten der, ja? Wo ist der? Hallo? Wo ist der? Oh, fuck! Also, Aris der kleine Bloody, oder wie heißt das so schön? Was? Das war zu lang krass! Oh! Ey, Arno, mein Fan, ich kann diese Scheiß... Oh, fuck! Ich wollte den Kopf verarschen! Nein! Komm, mach! 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 Oh, nein, 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 nein! Oh, nein! Seh ich doch jetzt schon, dass das nichts wird! Oder? ODER? OOOOOO! Oh, tickt zu langsam! Nein! Alter, nein! Ist Anime-Fan drin? Nein! Ne! Also, ich hatte es beim zweiten Versuch! Das ist euer Problem! Anime-Fan flietet! Und... Nein! Nein! Daneben! Ich komm leider... Ich komm leider nicht in den Parasyten-Modus! Nee! Hat's kein Fallschirm mehr, hm? Ne! Me too! Oh, es ist doch wieder zu langsam gewesen! Nein! Oh! 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 Ich bin dein Gott, du kannst ins Ziel kommen! Hä? Ich steh auf und Haus drauf! Ja! Vom Ziel! GG! Das zum Thema, man muss sagen, kann ich anhalten, Nikoka! Ja! Ja! Kann man dafür wirklich auch nicht! Ach komm, fahr rein! Es sei denn, man ist ein Gig, der ergolt wie ich und dann kann man anhalten! Liebe Freunde! Damit sind wir am Ende einer Episode angelangt! Wenn es euch gefallen hat, würden wir uns natürlich über eine positive Bewertung freuen! Checkt den Kanal von 1Anime-Fan und natürlich 1Niko Chaos! Oder von 1N! Oh yeah! Unten in der Videobeschreibung sind wir jemals verlinkt! Ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und sage schön bitte und noch einen wunderschönen Tag! Ciao! Ciao! Ciao!